Stielecht Hallo, ich bin's wieder, Belinda von Stielecht. Heute mal ohne den Herkules. Ich habe euch was mitgebracht, und zwar eine Multi-Vasenplatte, das ist für die schnelle Tischdekoration zu Hause. Gibt es in verschiedenen Größen, einmal die kleine für den Küchentisch vielleicht und einmal eine Nummer größer für den großen Couchtisch. Und in den trendigen Frühlingsfarben Perlmutt, helles Grün und dann in die lila Töne hinein. Jetzt haben wir ein paar Schnitten vorbereitet, sie werden sehr kurz geschnitten, weil man ja nur kleine Vasen zur Verfügung hat. In diesem Fall haben wir eine fliederfarbene Fräse genommen, passend dazu eine pink-rosa-farbene Rose, das ist die Love Juwel. Dann haben wir eine Fräse in dem Fliederton ein bisschen länger gelassen, damit wir eine leichte Staffelung reinbekommen, was die Sache interessanter macht. Dann haben wir kleine Spitzen von der Veronika, auch in einem zarten rosa, passend zur Frühlingsfarbe. Und die werden ganz locker einfach in die kleinen Vasen gesteckt. Wasser rein, und schon sieht der Tisch perfekt aus und der Besuch kann kommen. Viel Spaß dabei! Tschüss! Untertitelung des ZDF, 2020